Offmerksamkeit. Bombastisch News kommen gerade aus Brandenburg. Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich war dort in Potsdam, in einer sehr wichtigen Debatte mit den großen Namen der deutschen Politik. Und was wie eine ruhige Diskussion schien, entwickelte sich zu einem dieser Skandale. Kennst du das, wenn dir klar wird, dass etwas ganz und gar nicht stimmt? Und genau das ist passiert. Lassen Sie mich Ihnen alles im Detail erzählen, denn Sie müssen diese Geschichte kennen. Bleiben Sie bis zum Ende und sagen Sie mir in den Kommentaren, was Sie von all dem halten. Bei der Veranstaltung sollte es sich um ein demokratisches Panel handeln, bei dem verschiedene politische Persönlichkeiten ihre Meinung zu den Wahlen in Brandenburg äußern würden. Zumindest zunächst schien alles normal zu sein. Doch dann ging es schief, als Christoph Bernd, einer der Spitzenpolitiker der AfD, aus der Diskussionsrunde entfernt wurde. Und die Frage, die nicht zum Schweigen gebracht werden will. Stern warum? Stern lassen Sie uns in Teilen vorgehen, denn es geht um viel. Die Podiumsdiskussion fand in Potsdam statt und das Ziel war ganz klar, über die brandheißen Brandenburger Wahlen zu sprechen. Jeder weiß, dass Wahlen in diesem Bundesstaat immer Anlass für viele hitzige Diskussionen sind. Und auch dieses Mal war es nicht anders. Bernd vertrat dort die AfD, die den jüngsten Umfragen zufolge mit einem Vorsprung von 30 bis 35 Prozent der Stimmen auf dem Vormarsch ist. Das stimmt. Die AfD wird in Brandenburg immer stärker. Und das stand im Mittelpunkt der Debatte. Doch was dann geschah, war eine Reihe ständiger Unterbrechungen. Die Moderatoren der Debatte, die neutral sein und sicherstellen sollten, dass jeder den gleichen Raum zum Reden hatte, begannen, Bernds Reden herauszuschneiden. Er konnte kaum einen Satz beenden, bevor er unterbrochen wurde, während die anderen Politiker, vor allem von SPD und Grünen, alle Zeit der Welt zum Reden hatten. Waren sie schon einmal in einem Gespräch, bei dem es so aussah, als ob sich niemand für das interessierte, was sie zu sagen hatten. Nun, genau das ist Bernd passiert. Er begann, die Beherrschung zu verlieren, und das zu Recht. Schließlich geht es bei einer Debatte darum, dass jeder eine Stimme hat, oder? Warum wurde er zum Schweigen gebracht? Während Bernd versuchte, seine Ideen darzulegen, schienen die Moderatoren mehr daran interessiert zu sein, die Meinungen der grün-linken Blase ins Rampenlicht zu rücken. Jedes Mal, wenn er anfing, über die Vorschläge der AfD für die Wahl in Brandenburg zu sprechen, wurde er unterbrochen. Und das geschah nicht nur ein- oder zweimal, sondern immer wieder, bis er die Chance verlor, Klarstellung zu beziehen. Jetzt sagen sie mir, finden sie das fair? Waren die Moderatoren wirklich daran interessiert, alle Seiten der Diskussion zu hören? Oder bestand das Ziel darin, sicherzustellen, dass nur eine Fraktion das Wort hatte? Das ist die große Frage. Und denken sie nicht, dass dies etwas Isoliertes ist. Laut Bernd selbst ist dies auch schon in anderen Debatten geschehen. Und zwar stets bei AfD-Vertretern. Es scheint, dass etwas passiert, das ihre Vertreter zum Schweigen bringt, wenn die AfD in den Umfragen an Stärke gewinnt. Sufort? Oder steckt etwas Größeres dahinter? Apropos Forschung. Die aktuelle Situation in Brandenburg ist durchaus interessant. Die AfD hat bei ihren Wahlabsichten einen starken Vorsprung, der, wie bereits erwähnt, zwischen 30 und 35 Prozent liegt. Dies versetzt die SPD, die traditionell dominierende Partei in der Region, in höchste Alarmbereitschaft. Und diese Sorge kam in der Debatte durchaus zum Ausdruck. Doch warum scheint es so, dass die Moderatoren, anstatt allen die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung in ausgewogener Weise zu äußern, immer den traditionellen Parteien den Vorzug geben? Wir sprechen von einem Szenario, in dem die Pluralität der Stimmen die Regel sein sollte. Aber was wir sehen, ist genau das Gegenteil. Tatsächlich frage ich mich, wenn Umfragen zeigen, dass die AfD so viel Unterstützung in der Bevölkerung hat, warum wird sie dann bei diesen Veranstaltungen ständig zum Schweigen gebracht? Befürchten sie, dass ihre Ideen noch mehr Anklang finden? Ich möchte deine Meinung wissen. Hinterlassen sie in den Kommentaren, was sie darüber denken. Jetzt kommt der unglaublichste Teil dieser ganzen Geschichte. Als Bernd anfing, sich stärker zu äußern, wurde er quasi gebeten, die Debatte zu verlassen. Genau das haben sie gelesen. Mitten in einer demokratischen Diskussionsrunde wurde einer der Hauptkandidaten von der Bühne entfernt, da er sich weder verteidigen noch die Diskussion fortsetzen konnte. Und das löste natürlich eine sofortige Reaktion der Öffentlichkeit aus. Viele Menschen begannen sich zu fragen, was los war. Wie kann eine öffentliche Veranstaltung, die ein Raum für demokratische Diskussionen sein sollte, so einseitig agieren? Das ist etwas, das diskutiert werden muss. Erleben wir einen Fall von Zensur, die als Mäßigung getarnt ist? Viele Menschen glauben das, und das wirft eine sehr wichtige Frage auf. Inwieweit wird die Meinungsfreiheit in diesen politischen Debatten respektiert? Dies ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Bereits in früheren Veranstaltungen war die AfD zielähnlicher Haltungen gewesen. Im Vergleich zu anderen Parteien ist die Redezeit der AfD spürbar kürzer. Wir haben eine aktuelle Analyse einer Wahlkampfveranstaltung 2021 durchgeführt und die Zahlen sind eindeutig. Während SPD und CDU mehr als 15 Minuten Redezeit hatten, blieben der AfD nur mickrige sieben Minuten. Das ist nicht nur ein Detail. Wenn sie weniger Zeit haben, ihre Ideen zu äußern, entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass ihre Meinungen weniger wichtig oder sogar weniger gültig sind. Aber ist das wahr? Natürlich. Alle Parteien haben das Recht, ihre Ideen zu äußern. Und es liegt an der Öffentlichkeit, zu entscheiden, was sie davon hält. Und du? Halten sie es für fair, dass eine Partei auf diese Weise zum Schweigen gebracht wird? Oder glauben sie, dass jeder den gleichen Raum zum Reden haben sollte, unabhängig von seiner politischen Position? Was in dieser Debatte passiert ist, könnte große Auswirkungen auf die Wahlen in Brandenburg haben. Wenn die AfD weiterhin auf diese Weise mundtot gemacht wird, was bedeutet das für die Demokratie? Wir sehen eine klare Manipulation des Debattenraums, und das muss offen diskutiert werden. Daher ist es wichtig, dass Ereignisse wie diese genau beobachtet werden. Die Medien spielen eine wichtige Rolle dabei, sicherzustellen, dass alle Stimmen gleichermaßen gehört werden. Aber erfüllen die Medien diese Rolle? Oder gibt es den Ausschlag in eine bestimmte Richtung? Das würde ich gerne von Ihnen hören. Was halten Sie von dieser Situation? Denken Sie, dass die Medien und Moderatoren dieser Veranstaltungen fair sind? Oder glauben Sie, dass eine Manipulation stattfindet? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und beteiligen Sie sich an dieser wichtigen Diskussion. Der Rückzug von Christoph Berndt aus dieser Podiumsdiskussion ist ein klares Beispiel dafür, wie Politik hinter den Kulissen manipuliert werden kann. Was eigentlich ein Raum für den Gedankenaustausch sein sollte, wurde zur Bühne verschleierter Zensur. Dies schadet nicht nur dem Image der Demokratie, sondern wirkt sich auch direkt auf den Wahlprozess aus. Und du, was denkst du über das alles? Haben Sie ähnliche Situationen in politischen Debatten erlebt? Glauben Sie, dass alle Parteien das gleiche Rede recht haben? Ich möchte wirklich deine Meinung wissen. Oh, und bevor ich es vergesse, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie Diskussionen wie diese weiterhin verfolgen möchten, Sternstern vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren Sternstern. Hier vermitteln wir Informationen klar und direkt, ohne jeglichen Schnickschnack. Melden Sie sich also jetzt an und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keine Updates verpassen.